Ja liebe Leute herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dirt 4. Wir machen heute weiter mit dem nächsten Teil. Das ist die historische Quinta-Kontinentalserie. Wir starten heute in Wales, wir fahren danach in Wales, wir fahren danach 4.2, also Australien wieder mal und danach geht's nach Schweden. Wir starten heute mit unserem Peugeot 25 GTI, so heißt das Fahrzeug mit dem wir jetzt heute beziehungsweise dieses Event überhaupt angehen, wir sollten ja irgendwie das Ding da angehen. Starten wir mal rein. Mit 4,95 Kilometern übrigens. Also bin ich froh, dass dieses Auto weg ist. Boah. Na gut. Let's go. Fahrzeug tunen, brauchen wir ein zweites Ding. So, let's go. Alles klar, prüfe nur das Druckgerät. Alles okay. 5,4,3,2,1, los. Aber dann kann ich auch jetzt was loslassen. Über Gruppe 60. Gruppe senken, rechts, 6. Rechts, 4, über Gruppe. Durchsenke. Mittig halten, über Gruppe. In rechts, 3, über Gruppe. 60, durchsenke. Offene Kehre, links, lang, nicht schneiden. Mittig halten, über Gruppe. Durchsenke. Rechts, 3, 60. Durchsenke. Links, 3, Kuppe. Nicht schneiden. Rechts, 3, lang, nicht schneiden. Kuppe. Links, 5. Durch Tor. 60. Mittig halten, über Gruppe. Das stimmt, in Deutsch, angenehmer fahren, als den Landschirr, den wir ja vorher hatten. Durchsenke. Mittig halten, übersprung. 60. In rechts, 3, über Gruppe. 60, durchsenke. Offene Kehre, links, lang, rechts, schneiden. Mittig halten, über Gruppe. Durchsenke, rechts, 3, 100. Rechts, 6, links, 5, über Gruppe. Rechts, 6, Kuppe. In links, 6, durchsenke. Links, 5. Rechts, 3, nicht schneiden. 90 Grad rechts, rechts, 4. Ich hoffe, dass wir keine 10 Kilometer-Ding drin haben. Links, 6, über Gruppe. Links, 6, über Gruppe. Das werden wir immer noch eine Weile dauern. Links, 6, über Gruppe. Durch Tor. Links, 6, durchsenke. Links, 4, über Gruppe. Durchsenke. Links, 6, mittig halten, über Gruppe. Links, 3, durchsenke. Mittig halten, über Gruppe. 60, in offene Kehre, rechts, lang. 60, durchsenke. Links, 3, über Gruppe. Links, 6, über Gruppe. 2, über Gruppe. Rechts, schneiden. Rechts, 5. Links, 6, 60. Gruppe senken, rechts, 6. Rechts, 4, über Gruppe. Durchsenke. Mittig halten, über Gruppe. Links, 6. Gruppe. Senke. Rechts, 6. Nicht schneiden. Links, 6. Rechts, 5. Gruppe. Nicht schneiden. Links, 6. In rechts, 3, über Gruppe. 60, durchsenke. Aufene Kehre, links, lang. Nicht schneiden. Achtung. Damone. Mittig halten, über Gruppe. Durchsenke. Rechts, 3. 100. Rechts, 6. Links, 5. Über Gruppe. Rechts, 6. Gruppe. In links, 6. Durchsenke. Links, 5. So, wir jetzt gleich schön, glaube ich, zu ziehen. Gut, dass er gleich vorgesprochen hat. Nicht schneiden. 130. Rechts, 4. Links, 1. Welle. Senke. Rechts, 5. Über Welle. Links, 5. Rechts, 6. Links, 6. Über Gruppe. Links, 6. Über Welle. Rechts, 3. Links, 6. Über Gruppe. Durch Tor. 60. Links, 6. Gruppe. Senke. Bis Ziel. Okay. Fahr zum Marschel. Und trotzdem noch eine Sekunde geholt. Aber ja, gut war es drin gewesen. Aber egal, war es schon. Das ist sehr gut gelaufen. Tolle Wertungsprüfung. Gut gemacht. Das ist ein 2,8 Kilometer Dinger dabei. Gut, dann machen wir das, sagen wir mal, 3 Folgen draus. Dann fahren wir jetzt diese 8 Kilometer noch. Dann haben wir dann heute fertig. Dann machen wir morgen diese 8,47 und dann machen wir am letzten Tag die 10, irgendwas Kilometer. Dann haben wir das, wenn es auch durch. Und wir hier 3 Teile draus. Dann habe ich genau den Content, den ich haben will. Nämlich insgesamt 7 Folgen. Also wir sind jetzt in Folge 5 in der Aufnahme. Und ich habe noch ein bisschen was vor heute. Vor euch. Ich habe mir ein paar Stellen notiert, auf die wir besonders achten müssen. Okay. 5, 4, 3, 2, 1, los. In rechts 3, überrufe. Links 5, senke. Rechts 2, links 3. Rechts 4. In offene Kehre links, lang, durchsenke. In rechts 6, links halb, überrufe. Rechts 5, rechts 6, durchsenke, rechts 4. Wobei ich nicht weiß, dass wir das letzte Ding sogar sauber bekommen haben, aber ich glaube nicht, weil wir da diesen kleinen Überschlag hatten. Links 4, rechts 3, links 6, durch Tor, rechts 5, überrufe, links 3, nach rechts schneiden, rechts 3, durchsenke, 80, links 6, überrufe. Links 6, überrufe, rechts 3, links 6, überrufe, 180, durchsenke. Also das Ding fangen wir komplett. Das nächste Mal machen wir einen kleinen Split. Oh, machen wir den Split ticken früher. Aber jetzt zeig ich euch doch an. Da erkläre ich euch dann. Ich will nächstes, ich will nächstes, ich will nächstes, ich will elf Stück, elf Kilometer fahren. Rechts 6, geht links 2, lang, macht auf, überkreuzung, 60, links 6, überpuppe. Zwei überpuppe. Rechts 5, links 6. Rechts 6, 60, durchsenke, links 3, nicht schneiden. Rechts halb, überwenden. Links 6, überrufe, links 6, überrufe, rechts 3, links 6, überrufe, 60, links 6, überrufe, rechts 3, links 6, überrufe, rechts 3, links 6, überrufe, 150, links 5, links 3, überrufe, rechts schneiden. Rechts 6, über 65, rechts 6, 60, durchsenken, links 3, rechts halten, überwenden, links 5, nicht schneiden, rechts 3, 90 Grad rechts, rechts 4, links 5, nicht schneiden, rechts 6, links 4, rechts 3, links 6, überpuppen, 130, links 5, links 3, überpuppen, rechts 6, überpuppen, 60, links 6, durchsenken, links 4, überpuppen, durchsenken, links 6, mittig halten, überpuppen, links 6, überpuppen, 2, überpuppen, rechts 5, links 6, links 6, durchsenken, links 4, überpuppen, durchsenken, links 6, mittig halten, überpuppen, links 6, überpuppen, 2, überpuppen, rechts schneiden, rechts 5, links 6, 16, links 6, links 6, links 5, überpuppen, rechts 6, guck mal, rechts 5, links 6, durchsenken, rechts 5, links 4, links 4, links 6, links 5, links 6, 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 links 6 In 90 Grad links. Links 3. Rechts 5. Links 5. Rechts halb, über Kuppe, links 6. In offener Kehre rechts. Lang, durch senke. Links 4. Rechts 3. So, die Tür ist auf. Wir brauchen ein bisschen frische Luft. Super, rechts 2. Nicht schneiden. In links 1. Rechts halten, über Kuppe. In links 2 lang. Achtung, Kuppe. Sofort rechts 1. 80. Überwenden. Sofort umbekehre rechts. Innen halten. Rechts 6. Links 6. Rechts 5. Links 5. Überwenden. Achtung, Kuppe. Rechts 1. Links 4. Links 6. Offene Kehre links. Innen halten. 60. Überwenden. Rechts 4. Links 1. Und das ist der letzten Abschnitt. Rechts 5. Überwenden. Rechts 5. Rechts 6. Rechts 3. Wo schon mittlerweile bei einer Minute 20. Also die Zeit, die war klar müssen. Der zweite Kontale war über 50 Sekunden nicht. Fünf. 60. Überwenden. Sofort umbekehre rechts. Innen halten. Rechts 6. Links 6. Offene Kehre links. Innen halten. 60 über Kuppe. Links 6. Kuppe. Senke. Rechts 6. Links 6. Rechts 5. Kuppe. Nicht schneiden. Links 6. 80. Bis Ziel. So. Bis Ziel ist immer das Schönste. Langsam zum Marco. Damit sind wir durch. Fünf Minuten 15 haben wir gebraucht. Tolles Ergebnis. Das war unschlagbar. gut dann sehen wir uns dann morgen wieder um 14 Uhr. Bis dahin und tschüss. Wir sehen uns dann gleich. Bye. Du.